hallo und willkommen zurück zu shattered world oder auch lake world genannt das weiß aber langweiliger die ansage schon ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich habe irgendwie davor fünf sätze oder wörter in einem sagen wollen und raus kam irgendwas gerade müssen wir tatsächlich auf wasser warten so grauenvoll es klingt beziehungsweise auf regen von daher ist es ganz gut dass das ding mal gebaut ist wie sieht es denn mit meinen steinen aus sind die mittlerweile fertig jawohl wir haben acht steine das heißt wir kriegen jetzt vier federn und können uns aus jetzt einen schmelzofen bauen dann muss es doch noch was geben was man sich aus dem schnöden stein bauen kann und siehe da man kann sich daraus einen ofen bauen wunderbar dementsprechend koppel 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 nicht koppel stone 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 oder auch nicht vielleicht sollte er nach fern ist gucken ich dachte so weil sie nicht ricks das sind bricks gott wenn wir mal ricks draus ist ja eigentlich fast decay drauf was das hier nun glaube schon ja vorher ein paar von den sachen wechseln sind natürlich nicht genug steine hier brennt es irgendwo so mal nachschauen pick x was gibt es denn für level also gerade haben wir äh flint epic x hat so besser stone dürfen nicht iron ist level stein flint ist level stein branche ist da irgendwas dazwischen stahl also mit anderen worten wir müssen die halt einfach leveln bis sie dann irgendwann mal besser ist 20 prozent haben wir schon so wenn die das holz brennt können wir dabei einfach mal steine hacken ich habe nicht den eindruck dass das fast decay hat das hat er mit dem server fast nachwachsen das ist ja dieses sehr schön das hat für diesen lustigen packt dass wenn man nachdem man es in der tatsache macht sofort losläuft das in der tatsache wieder aufgeht best packer war best packer war okay mussten ja viel kaputt packer war wir schon irgendwo haben wir nicht mit dir so wie viel hat das ding 48 ich war mal eins ab ist es wirklich pro ding man hört sich ja es ist ok lalalalalalalalalalalalalalala ja pick x level macht richtig viel spaß so drei steine das passt dann können wir nämlich jetzt wirklich den fern ist bauen also da brauchen wir noch mal bricks und dann mit den bricks die wir bereits haben auf dem stein hier kommt ein französchen was hast du denn das ist das wie ich das hoch auf sich gehauen hat floh das wie ich ein spriggern ich kann es leider nicht hauen das ist schade so auf jeden fall wir haben einen ofen wir können charcoal machen super theoretisch wenn wir wollten mhm könnten es auch lassen äh kurzer blick wächst das wirklich ne also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen dass es wächst wegen fehlendem wasser und so aber ich lass mich ja gerne überraschen mhm 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 Moment, Medhoc war Schaufel plus Axt, oder? Dann nehmen wir auch hier die Medhoc, die ich habe. Zu spät, jetzt habe ich mir schon so einen Kopf gebaut. Dann bau doch nicht gleich trotzdem eine Medhoc. Mach doch, was du willst. Hält die da nicht irgendwie weniger aus dem Spaß? 14 mehr Holz. Ich würde gerne das Holz da oben weghecken, hacken, aber hacken, ja. Hack das Holz weg. Dann müsste ich mich hochstecken und das ist auch blöd hier. Ja, das war auch blöd. Blöd. Wieso geht die Fackel eigentlich so schnell weg? Die Fackel? Die hier unten stand, die ich gerade abgebaut habe. aus Versehen. Toll, das kann ich keine Kisten mehr aufmachen. Oh, jetzt ist es aber gerade richtig heftig. Ja. Oh, wieder. Hier sind ja noch ganz wenige Leute auf dem Server. Ach, trotzdem. 4, 6, 8, 10, 11 mal 33 Leute, naja. Ach, du Schande, der Chat laggt ja schon allein. na dann. Na dann. Der Server ist nur gemütlich. Sehr schön. der ist viel zu gemütlich gott ich habe nicht mal die hälfte die hälfte mal jetzt noch und dann habe ich keine lust mehr erstmal wieder was anders der server hat die mentalität eines koala bären er ist mir nicht ganz so schnell spaß mit drei cobblestones krieg ich hin alle aber noch ein paar mehr prozent so schlimm ist es doch nicht doch spielen die dasselbe spiel wie wir gerade was gut und der baum der ich gerade weg gemacht habe ist wieder da super also bei mir stehst du vor dem cobblestone haufen den habe ich jetzt wieder gebaut also komplett komplett ich sage ja so schlimm ist es okay der server ist nicht erreichbar ich wollte gerade sagen das ist gut dass jetzt alle weg sind dann können wir nämlich ganz schnell drauf ja der ist nicht so pinging dann bringen wir ihn mal fröhlich weiter die frage ist jetzt kommt innerhalb der nächsten sekunden oder nicht wahrscheinlich nicht dann werden wir das video hier an dieser stelle unterbrechen ging es weg wahrscheinlich legt so sehr dass er nicht mehr mal das pinging anzeigt probieren ob ich mir einloggen kann login in ich wollte gerade sagen ich höre geräusche aber es war nur der floh ja scheint wohl nicht so ganz gut zu sein doch jetzt ist online na jetzt geht es schnell null leute sind online das wird sich gleich ändern ich fürchte auch ja toll jetzt stehe ich neben dem ding ich kann abbauen ich kann abbauen unglaublich schnell ja es ist nur eine sekunde lag also so wäre es ja spielbar ja jetzt sind wieder fünf jetzt geht ja gar nichts er kam jetzt gerade noch online der war der schuld flo du als minecraft experte was technik minecraft also ist das mit 1.8 besser geworden durch das multithreading das ist ja kein also das multithreading ist ja ist ja rendering und das hat nichts mit rendering zu tun das heißt dieses problem hat minecraft weiterhin das ist nach bevor würde ich sagen einfach halt so viele mods die zu viel tun auch wenn man halt mal profilen aber hier laufen mir viel zu viele füge aus ich bin gleich tot viel zu viele füge rum also wahrscheinlich sind es die ganzen komischen füge ja die irgendwie kopfkuchen kai haben die irgendwie spezielle dinge machen müssen und das hängt ja komplett so wirklich viel zu trinken essen haben wir auch nicht gern doch wir haben hier ein paar sie haben noch einen komischen 16 in weltweite sachen für jeden blog testen muss ob man wirklich machen darf aber ich würde es trotzdem sagen dass wir hier mal die ganzen saplings pflanzen dass wir von denen essen kriegen essen einfach ein bisschen bisschen walnuss aufpassen hier nicht unterschmeiß wegschmeiß so was ist was ist toll als achst ersatz mehr tag ein jutsu sapling sachen gibt es schaufel axt und stick okay der fug bist du denn schon wieder hat jemand das schaufel pattern müsste in der kiste liegen oder in dem crafting mit dem mal holz ja ja packst du die in die kiste rein so was bist du denn ein c4 aua aua musst du dir mal gleich schlagen Ja. Er war voll friedfertig, bis du ihn geschlagen hast. Jetzt ist er voll tot. Das hast du super gemacht. Hey, wir haben Gunpowder bekommen. Hat sich gelohnt. So, ich... Richtig, meine Pickaxe war ja kaputt. Fucking Charcoal-Kilns I have you done. Awesome. Schießt schnell da was. Mach das mal weg. Der Fug. Oder nicht. Dann machst du halt nie weg. Dann lassen wir es halt. Ich sehe wieder nichts. Ach, du siehst das Viech ja nicht. Ja, aber du kannst es doch gerne selber holen. Das steht hier über mir, schau. Hier ist es. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Ja, aber du kannst es auch einfach selber weggehen. Nee, weil ich nicht reinkommen. Das wird oben. Aber ich wäre dran gekommen. Ja, blind. Oi! Oi! So, ähm... Hey, nur Baker Man How, nicht uns gegenseitig. Äh... Kann man da nicht einen Stick reintun? Im Gegensatz zu dir, Daniel, benutzen wir aber dafür keine Waffen. Aber auch keine Waffe benutzt. Was mache ich jetzt mit dem komischen Ding? Welchen komischen Ding? Im komischen Ding. Dem Ding. Wo ist mein Ding? Da ist mein Ding. Äh... Du warst bei irgendwas killen, was denn das... Äh... Nicht killen Blöcke, sondern Jungle Word. Okay. Oder stand das nur falsch da? Ja, das ist das Gleiche. Okay. So, und wie zünde ich das jetzt mit einer Vapel an? Wahrscheinlich oben drauf stellen. Habe ich versucht. Ging nicht. Oberen, mittleren. Sind das nicht... Das habe ich versucht. Das ging nicht. Ist der da in der Mitte. Aber da tut sich nichts. Warte, steht da noch irgendwas? Hast du da den richtigen erwischt? Ja, habe ich. Focke an. Hä? Was genau mache ich falsch hier in der Toolstation? Weiß ich nicht. Ich bin da auf die... Metal Clicks. Ich habe den Button. Cool Road drin. Stone Shovel Head drin. Stone Eggs Head drin. Also bei mir... Ja, Stone. Spät dieses rote, unauffällige Text, der bei Stone steht, den ignorierst du komplett, oder? Ja, ein bisschen. Guck mal. Hört das? Weiß ich nicht. Ich sehe nämlich schon wieder nichts. Ich auch nicht. Ich höre es bloß. Daniel, siehst du was? Ich sehe einen riesen Schalterhaufen hinter mir. Aber sonst... Ja, den gibt es auch. Das ist richtig. Aber ich sehe nichts. Cool. Na dann. Wird schon nicht so wichtig sein. Richtig. Ich höre es auch, aber ich sehe es auch nicht. Awesome. Gut. Aus was habt ihr denn eure Sachen gemacht? Flint. 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 Hey, da ist was. Oh, ich bin betrunken. Es ist ein Reaver. Oder River. Nachs Tod. Ja, würde ich gerne. Ich bin... Ich bin vielleicht beschwipst. Ich habe gerade mal rumgetrunken. Ja. Also ich habe ihn jetzt eigentlich... Ich habe auch Slotus. Das ist super. Ich kann mich quasi nicht mehr bewegen. Ein paar Mal gehauen. Ey jetzt... Too cool for you. Genau, so sieht es nämlich aus. Wo bist du Stick? Da bist du. Guck mal her. Wollen wir mich nicht aufnehmen, weil ich nicht getrunken bin. Mit? Hm-hm. Kann ich bitte, wenn ich... Danke. Komische Sachen. Hm. Gut. So. Jetzt hat er. Röreltssing komisch aus. Hey, das Ding ist schon bei 2%. Holzstapel in Holzkohle umgewandelt. Ah. Wir hatten gerade eigentlich... Okay. Muss ich gucken, dass ich es nicht bin. Ich. Okay. Ich bin gespannt, wie viel Holzkohle dabei rauskommt, weil das muss sich halt schon echt lohnen. Ja. Ansonsten haben wir einen Furnace mittlerweile. Mhm. Aber da sind halt 144 Holzblöcke drin. Mhm. Ja, ja. Und Gravel und Sand und Dirt und Zeug. Also es war... Ja. Mhm. Spaß. Brennt. Hey, ich bin nicht mehr betrunken. Awesome. Bäh, bäh. So. Das heißt, ich könnte jetzt wieder weiterhacken. Und nochmal 60 Blöcke umhauen. Ja, eigentlich lohnt es sich. Komm, ich mache das jetzt. Dann kann ich nämlich endlich Kohle umhauen. Aber das meine. Ich habe hier eine kaputte Flintex gefunden. Das war meine. Ich habe keinen Platz mehr in den Tagen. Naja, dann. Viel Spaß damit. Äh, irgendjemand könnte mal eine Trashbin bauen. Gibt sogar als Belohnung, glaube ich, Äpfel. Äpfel. Oder Brot. Irgendwie war es zu essen. Hm? Dafür, dass man eine Mülle immer baut. Mhm. Brot. Ja, das macht voll Sinn. Lecker. Lecker Müllehammer Brot. Hm. Okay, gerade passiert wieder gar nichts. Nur sehr langsam, ja. Aber daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Von mir ist es immer nicht immer so. Hey, Cobblestone, bleibst du jetzt endlich mal hier in der, hier im Trauer. Nicht da vorsitzen. Lalalalalalala. Ne. So macht Leveln keinen Spaß. Dann behalte ich es halt im Inventor ab. Du, Questbuch öffnet auch nicht. Yeah. Ja. Richtig. Mhm, mhm. Ja. Nicht wahr? Mhm, mhm. Trifft's. Dann schau mal. Ah. Dann kommt er anscheinend doch wieder rein. Okay. Ich dachte, ich warte mal kurz, aber anscheinend seid ihr entweder gar nicht rausgeflogen. Doch. Doch, doch. Oder alle waren schon da, bevor ich drin war. Ui, Geräusche. So, kann ich das jetzt hier endlich reinlegen? Das ist doof. Das ist doof. So. 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 Ich bin fertig. Okay. Okay. Wie sitzt ein Ausbau uns am... Oh, äh, da ging's raus. Ähm, was wollte ich sagen? Bei dem Scheiterhaufen 9%, okay. Das heißt, dauert nur ein bisschen. Mint-Seeds. Mhm. Interessant. Wow! Okay. Bei Gravel funktioniert der Vain meiner Mittelschaufel. Mhm. Gut zu wissen. Mhm. Gut so. Aber dann müsste die Mad Dog bei Holz drauf funktionieren, oder nicht? Hat's aber nicht. Was ist für die Piraten? Schreib einfach mal, danke. Mach's selber. Na gut. T-t-t-t-t-t. So. kann man sein inventar aufgeräumt schon gibt man quest ab ja ich habe immer das gefühl mein inventar ist voll weil ich die sachen nicht aufsammeln aber nein ach wie toll wäre dieses spiel wenn es nicht legen würde dafür sind die fps ganz gut hey plus ein modifier hammerhart ja noch theoretisch noch acht blöcke dann habe ich das nächste mining level ist eigentlich das worauf ich die ganze zeit gerade hin arbeite das ist ja gar nicht du da war ein giro irgendwas nach ich okay dann kann ich jetzt hier mal ein paar fackeln herstellen mit kohle das war licht wo ist denn der ausgang zurück zurück da wo die kohle ist was hat gerade wenn meiner dachte ich hier ja eigentlich schon aber vorher ging es ja auch aber jetzt geht er nicht mehr weg hä war doch ich meine gerade ging es doch hä warum geht es jetzt wieder nicht left control doch control habe ich gelegt irgendwie sehr stark dazu mal zu schreiben den leck kann man ausschalten mit alt und der vier mal schauen wie viel reinfällt der gute alte das ist so alt ich glaube nicht dass noch irgendjemand drauf ja aber die folge kann man beenden mit f12 und das werde ich jetzt gleich machen und dementsprechend sage ich vielen dank fürs zuschauen und beim nächsten mal legen wir dann weiter ja oder so ähnlich auf jeden fall bis dahin unglaublich und damit bis dahin